Ja, hallo, mein Name ist Markus Finke. Ich bin Geschäftsführer der Firma TIS, Technische Informationssysteme. Wer uns nicht kennt, wir befinden uns direkt hinter der Fachhochschule im Technologiepark. Und wir beschäftigen uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit dem Thema Digitalisierung in der Logistik. Industrie 4.0 ist ohne Logistik 4.0 nicht denkbar. Logistik 4.0 ist wie gesagt unser Thema seit nunmehr fast 30 Jahren. Wer jetzt mehr zu diesem Thema hören möchte, ist herzlich eingeladen zur Gewerbeschau im Industriepark in Behold. Viele Grüße, danke und tschüss.